Aufgrund von Abgasrückführung und Kurbelgehäuseentlüftung bilden sich bei Dieselmotoren im Laufe der Zeit Öl-, Harz- und Rußablagerungen im Ansaugbereich. Diese wirken sich negativ auf Kraftstoffverbrauch, Leistung, Kompression und Emissionswerte aus. An Ansaugkrümmer und Einlassventilen führen Ablagerungen langfristig zu Fehlfunktionen und somit kostspieligen Reparaturen. Um der Bildung von Ablagerungen entgegenzuwirken, empfehlen wir bei jedem Service eine Reinigung des Ansaugsystems mit dem Ansaugsystemreiniger Diesel durchzuführen. Gehen Sie dabei wie folgt vor. Verschaffen Sie sich Zugang zum Ansaugsystem. Dieser sollte möglichst nah am Motor und hinter dem Luftmassenmesser liegen. Starten Sie nun den Motor, um mit der Reinigung zu beginnen. Sollte der Motor bei abgezogenem Ansaugrohr die Drehzahl nicht halten können oder sich nicht starten lassen, trennen Sie bei ausgeschalteter Zündung den Stecker vom Luftmassenmesser. In diesem Fall muss der abgelegte Fehler nach Reinigung mittels eines geeigneten Diagnosegeräts aus dem Motorsteuergerät gelöscht und der Luftmassenmesser gegebenenfalls neu angelernt werden. Sprühen Sie den Ansaugsystemreiniger Diesel über die Sprühsonde in kurzen Intervallen von zwei bis drei Sekunden bei mindestens 2000 Umdrehungen in das Ansaugsystem. Bewegen Sie dabei die Sonde vor und zurück, um so den gesamten Ansaugtrakt zu reinigen. Tritt bei der Anwendung eine Drehzahlerhöhung von über 1000 Umdrehungen auf, ist es wichtig, den Sprühvorgang sofort abzubrechen. Beachten Sie, dass der Ansaugsystemreiniger Diesel nicht mit dem Luftmassenmesser oder mit lackierten Bauteilen in Kontakt kommen darf. Bei hartnäckigen Ablagerungen im Ansaugkrümmer oder an den Einlassventilen kann die Reinigung mit einer zweiten Dose Ansaugsystemreiniger Diesel wiederholt werden. Lassen Sie nach der Anwendung den Motor noch etwa 20 Sekunden bei mindestens 2000 Umdrehungen nachlaufen, um weitweilige im Ansaugsystem verbliebene Restmengen zu verbrennen. Nach Anwendung des Ansaugsystemreiniger Diesel von Liqui Moly sind alle Ablagerungen im Ansaugbereich entfernt. Der Motor läuft nun deutlich ruhiger und Kraftstoffverbrauch sowie Reparaturrisiko sinken.